Dankeschön, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich kann mich diesem Ansinnen der Sozialdemokratie nur vollinhaltlich anschließen, fordere von Ihnen die sofortige Einberufung, die zeitnahe Einberufung einer Sonderpräsidiale des Nationalrats und möchte Ihnen auch erklären, warum ich die Dinge so sehe, wie ich sie sehe. Ganz Österreich ist seit wenigen Stunden in Kenntnis sehr, sehr schwerwiegender Vorwürfe gegen den ersten Präsidenten des Nationalrats, gegen Sie, Herr Sobotka. Und jetzt kann man natürlich die Position einnehmen und sagen, das ist ja alles nichts Neues. Es hat ja schon vorher eine ganze Reihe von Vorwürfen gegeben. Das scheint mir die Argumentation der Volkspartei zu sein. Aber aus meiner Sicht machen diese Dinge die Sache umso schwerwiegender, weil wir in der Zwischenzeit schon eine ganze Reihe, eine ganze Kette von schwerwiegenden Verfehlungen zu beobachten haben, die im Zusammenhang mit ihrer Person und damit auch mit dem Amt des ersten Präsidenten stehen. Im Kern besagen die Vorwürfe, mit denen Sie jetzt konfrontiert sind, nichts anderes als dass der zweithöchste Mann im Staat, als dass der zweithöchste Mann der Republik genau im Verdacht steht, die Institutionen eben dieses Staates, eben dieser Republik zur Durchsetzung von parteipolitischen Machtinteressen seiner eigenen Partei, der österreichischen Volkspartei zu missbrauchen, beziehungsweise den Auftrag zu diesem Missbrauch gegeben zu haben. In drei Worten heißt das Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Und was vielleicht in der Debatte bisher noch ein wenig zu wenig berücksichtigt worden ist, dass wir dabei von einer Phase reden, wo der Mann, der im Verdacht steht, das getan zu haben, der Chef des Sicherheitsapparates in Österreich gewesen ist. Das wollen wir ja mal nicht vergessen, dass Sie, bevor Sie Nationalratspräsident geworden sind, als Innenminister der oberste Chef über alle Ermittlungsbehörden, über das gesamte Personal und über alle technischen Möglichkeiten in diesem Apparat gewesen sind. Die Vorwürfe, die gegen Sie erhoben werden, Herr Präsident, die wiegen umso schwerer. Warum? Weil die Person, die Sie erhebt oder besser gesagt, die Sie erhoben hat und die von dem enormen Druck berichtet, unter der sie gestanden ist aufgrund der permanenten Einflussnahme von Seiten der österreichischen Volkspartei, weil das kein anonymer Unbekannter ist, weil das kein Nobody ist, weil das nicht irgendwo ein Unterläufer ist, sondern weil der verstorbene Christian Pilnacek ein Schlüsselspieler der österreichischen Volkspartei in diesem System selbst gewesen ist. Das ist die exakte Definition. Ein Schlüsselsteller, ein Schlüsselspieler in der, ja nennen wir es in der ÖVP-Aufstellung dieser Republik und die ÖVP hat ihn in der Justiz gehalten und mit wichtigen Personen, mit wichtigen Positionen bedacht und mit ganz zentralen Aufgaben betraut. Was dem Präsidenten des ersten Nationalrats hier ganz prominent vorgeworfen wird, ist eigentlich nichts anderes als den tiefen Staat zu betreiben, als den tiefen Staat auszubauen und voranzutreiben in diesem Österreich unter Ausnutzung der parteipolitischen Netzwerke der österreichischen Volkspartei in ihrem ressortübergreifenden Zusammenhang. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht. So viel zum Thema staatspolitische Verantwortung der österreichischen Volkspartei. So viel zum Thema. Wer ist das Sicherheitsrisiko in dieser Republik? Ich werde den Vorschlag aufgreifen und mich mit den Parteienvertretern beraten, wann wir die Sonderpräsidiale machen. Weil auch mir geht es darum, mir geht es darum, letzten Endes auch die Rechtsstaatlichkeit in all diesen Formen zum Durchzug zu bringen und auch klar zu machen, was sind Anschuldigungen und was steht hinter diesen Anschuldigungen und was ist letzten Endes dann da passiert. Wir erleben Situationen, die wir alle nicht erleben wollen. Wir erleben Hausdurchsuchungen bei der Polizeipräsidentin in Klagenfurt, die fehlen. Nur mal, ich sage es auch genauso und lassen Sie mich ganz kurz ausreden. Die verwechselt wurden. Wir haben eine Situation, die in diesem Lande auch eine klare Aufklärung brauchen. Und ich bin willens und all das zu tun, ganz klar, dass das auch in einer Sonderpräsidiale umfänglich angesprochen wird. Für den heutigen Sitzungstag wurde eine Tagesblockzeit von 9,5 Wiener Stunden beschlossen, sodass sich folgende Redezeiten ergeben. Für die ÖVP 185, für die SPÖ 128, für die FPÖ 105, für die Grünen 95 und für die NEOS 76 Minuten. Die Redezeit von Abgeordneten ohne Klubzuhörer beträgt für den heutigen Tag die 38 Minuten, deren Redezeit ist für fünf Minuten je Debatte beschränkt. Die Gliederung der...